hallo meine lieben gamer heute wende ich mich in eigener sache an euch denn es geht um patreon und wie ihr meinen kanal nämlich pixel connect unterstützen könnt zunächst einmal ich verbringe sehr viel zeit mit der community ich habe die woche die wöchentliche pixel show ich habe viele interaktionen auch in den live streams und das ganze möchte ich ausbauen ich möchte noch mehr interaktion mit euch machen ich möchte noch mehr videos produzieren und das ganze soll eben erweitert werden eben und ich will dann auch im konzept eigentlich nichts ändern sondern es soll einfach besser werden und größer und dazu könnt ihr mich supporten wenn ihr mögt natürlich nur ideen und konzepte sind massig vorhanden aber es fehlt noch an der zeit damit ich eben mehr zeit habe für videos und für meinen kanal würde ich eure unterstützung wirklich begrüßen denn je mehr support es von den unterstützern gibt von den patreons desto mehr zeit kann ich auf meinen kanal aufwenden und desto besser wird der ganze kanal und die videos und davon profitieren dann nicht nur die patreons also die unterstützer sondern eben auch alle ich plane für unterstützer diverse aktionen videos und live streams das ist alles noch nicht ganz durchgeplant muss ich ganz ehrlich sagen das wird im laufe der zeit kommen aber wenn ihr jetzt schon supportet wird schon was geben ihr schaut einfach auf die patreons seite da sind die ganzen ziele bzw die belohnungen aufgeführt die ihr euch dann holen könnt ihr könnt spenden was ihr wollt ihr müsst nicht ihr könnt aber sehr gerne und wie gesagt ihr kriegt auch dafür was der link zur patreons seite ist natürlich unten in der video beschreibung ihr könnt dort alle infos abrufen die ihr braucht und da erkläre ich auch wie das ganze abläuft in diesem sinne schon mal vorab ein herzliches dankeschön und natürlich auch für eure aufmerksamkeit schaut bei patreons vorbei und bis zum nächsten mal macht's gut bis dahin bis zum nächsten mal